Jerry Bombs und Liebesbriefe präsentiert Füttern verboten Internationale Geschehnisse Geschichten aus aller Welt Präsentiert von Markus und Chris Hallo miteinander, wir sind's wieder, Jerry Bombs und Liebesbriefe Und ihr hört es vielleicht an dieser unglaublich schrecklichen Musik im Hintergrund Die ein absolut cringiger Abklatsch ist von, äh, ist es Halloween? Ja, Halloween von Carpenter Die wir aber nutzen müssen, weil es als Copyright Free ist Wir haben Ende September Nächsten Monat, nicht etwas über einen Monat ist, ähm, Halloween Und ich und Momo haben gesagt, für die neue Folge von Intermezzo Legen wir mal alles, also Intermezzo prima Propaganda Legen wir alles im Zeichen der Serienkiller Yeah, unsere Vorbilder Unsere Vorbilder Es ist, jeder liebt True Crime Jeder liebt True Crime Podcast Wir hatten literally nicht mal vor zwei Monaten wirklich Leute aus der Mordkommission da In unserer Sendung Echt? Intermezzo Ja, wirklich Und, äh, die wirklich erzählt haben Was die heftigste Fälle sind, die sie bisher erlebt haben Und es gibt heftige Serienkiller da draußen Und was führt uns dazu zu glauben, dass wir Experten sind Ich liebe Horror-Anime Äh, und Horror-Manga Und interessieren mich seit Jahren Horror-Filme Horror-Filme, ja Und interessieren mich seit Jahren für Serienkiller Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach Wir suchen uns Jeder Ähm, minimum einen Fall raus Ich hab zwei Ähm, dafür du einen Und dafür umso ausführlicher Und sagen, okay Ähm, wir erzählen euch diese Fälle Und sagen dann, wie abgefuckt das Ganze ist Und feiern uns dann, dass wir das aushalten Ähm, sozusagen, ungefähr Danke auch an alle, die jetzt gerade zuschauen Danke an alle, die im Stream sind Schön, dass ihr da seid Und euch dieses kleine Spektakel mit uns gebt Und wir möchten wirklich wahren Es wird wirklich grässlich Also wer Horror-Filme feiert, schön und gut Aber das Greisige ist, dass es Real Life ist Und dementsprechend, ähm, wollen wir jetzt drüber reden Die Frage ist, ähm, wer von uns fängt an Und oder erzählen wir erst mal Momo, was ist für dich denn ein Serienkiller? Ähm, ich würde mal sagen Man sagt ja so schön Wenn ein Mord passiert, dann ist es ein Mord Wenn es zwei sind, dann ist es ein Muster Und bei zwei ist es Zufall Und bei drei ist es ein Muster Und bei drei würde ich sagen, es ist ein Serienkiller Ähm, ja Besonders dann, wenn er sich auch noch was Ich sag mal Schönes überlegt hat Das ist wirklich so, ja Ähm, es teilt natürlich noch mehr aus Es sind oftmals von sehr viel Brutalität geprägt Also wir brauchen nicht mehr erzählen Was ein Unterschied zum Mord und Totschlag ist Weil ich glaube, dass es vielen schon bekannt ist Und, ähm, jetzt Es ist so, dass Also Totschlag ist Ich bringe nicht zum Beispiel aus Affekt Und Mord ist, wenn ich plane Und wirklich ein Motiv habe Und wirklich sage, okay Ich, ich, ähm Ich wollte das aus dem Dem bestimmten Grund, so Was ist der Unterschied? In Deutschland, glaube ich Zehn Jahre länger Oder bis zu 15 Jahre länger Und ein Leben lang Sicherheitsverwahrung Und es Wobei es auch ein bisschen drauf angekommt Warum man dem Wort gemacht hat Ja, ja, genau Und Das, ähm, heftige ist Eben auch Was ich nicht wusste Eine Freundin von mir ist wirklich Rechtsanwältin Und er hat gemeint Gerade bei so Serienleuten Und Serienkillern Wird oftmals gezeigt Die sind oftmals dumm Also die, die halten sich oftmals Oftmals hat es mit Psykenstörungen zu tun Und die halten sich oftmals Wirklich für Überlegen Und Das ist natürlich dann sehr interessant Wenn du dann rausfindest Ja Die meinen, sie werden irgendwie überlegen Und kehren halt dann Wie zum dümmsten Wie die dümmsten Leute zum Tater zurück Zum Beispiel So Ja, ich kenne es halt ein bisschen mehr so Dass sie Also Dass ein Psychopath Psychopathen müssen ja jetzt keine Mörder sein Aber dass Psychopathen eher dazu neigen Schlauer Mörder zu sein Während ein Killer Hingegen eher Sehr dumm ist Ja Ja, genau Also ich glaube auch, dass Ja, ein Psychopathen muss man nicht unbedingt ein Mörder sein So, Psychopathen können auch zum Beispiel Gab es da nicht auch mal so eine Studie Wo sie herausgestellt hat Es können theoretisch Bestimmte Leute aus der Wall Street Sind auch Psychopathen Oder füllen so die grundlegenden Sachen von Psychopathen Ja Sondern das auch so in Führungspositionen Ja Das glaube ich Oder bei den Space Frogs Gab es ja auch mal so ein wunderbares Video Ja Sind unsere Politiker Psychopathen Bestimmt Es gibt bestimmt einen Psychopathen Es ist eher einen Politiker Mörder Also einen Typ, der einen Politiker umgebracht hat Gibt es bestimmt Aber Aber ich würde sagen Wir gehen jetzt mal rein In unsere drei Insgesamt drei Cases Der heftigen Mörder Dudes Serienkiller Dudes Also Leute, die mindestens Zwei, drei Leute umgebracht haben Wer von uns soll anfangen? Ich würde mal sagen, dass du anfängst Ich dann den zweiten mache Und du dann das dritte Okay Dann haben wir eine Abwechslung Okay, haben wir eine Abwechslung Gut Ich, ich Pass auf Ich habe es mir dazu gesagt Da ich bestimmte Videos liebe So bestimmte Videos Mal halt voll gern Aus, aus Wo die Leute Irgendwelche Cases präsentieren Es ist so Dass ich mir gedacht habe So hey, pass auf Ich gehe jetzt einfach hin Und präsentiere das Wie Als würde ich so Würde ich so Theoretisch versuchen Mal dir was zu verkaufen Ich habe Einen Internationalen Fall Und einen deutschen Fall Und ich habe es mir extra In dieses große Buch geschrieben Ja, genau Und Ich würde jetzt mal sagen Ich habe extra im Hintergrund So ein bisschen Total heftige Musik Oder total so schlimme Musik Eigentlich spielt Ähm Also Leute im Chat Und ihr da draußen Seid ihr alle bereit Dann würde ich jetzt loslegen Mit meinem ersten Case Äh Ich glaube der Chat ist ready Absolut Okay Ich lege los Mörder sind absolute Verrückte Typen Mörder sind Menschen Die oftmals Einen Mythos bekleiden Mörder sind Menschen Die Die oftmals wahnsinnig sind Gerade Serienkiller Und die Die beste Zeit in Deutschland Für solche Total heftigen Storys Sind wahrscheinlich Die goldenen 20er Oder die Zeit zwischen Im ersten und Im zweiten Weltkrieg Ähm Es gibt viele Filme Wie M eine Stadtsucht Ein Mörder Oder eben Serien wie Babylon Berlin Die von dieser Zeit erzählen Und Heute möchte ich euch Über einen Ort erzählen Wo es eher Unscheinbarer war Zu dieser Zeit Aber wo eine Eine große Sache Passiert ist Die Rede ist von einem Mann Die Rede ist von Hannover Die Rede ist von dem Mann Der Mindum Fünf verschiedene Spitznamen hat Man nannte ihn Den Schlechter Den Vampir Den Kannibalen Den Wehrwolf von Hannover Oder einfach nur Den Todmacher Er hat Mindestens 24 Menschen ermordet Da weiß das nur die Zahl Für die Die auch verurteilt wurde Menschen im Alter Zwischen 10 und 30 Jahren Ungefähr Ähm Die Dunkelziffer ist Nun noch höher Man redet auch Insgesamt von 27 Filmen Die Rede ist Von dem Mann Über den später Sogar ein Lied Geschrieben wurde Die Rede ist von Fritz Hamann Fritz Hamann Einer der Verrücktesten Wahnsinnigsten Mörder in der Geschichte der Deutschen Kriminalstatistiken Was hat Fritz Hamann Gemacht Und man muss sagen Sowas wie das Wäre heute wohl Nicht mehr möglich Wir müssen uns In die Zeit Zurückversetzung 1918 1919 Weil das haben wir Die 20er Jahre Der zweite Der erste Weltkrieg ist Gerade mal Ein, zwei Jahre Her Das Land In der Weimarer Republik Komplett Durcheinander Sozialisten Und Andere Liefern sich Straßenschlachten Die Polizei Tut sich natürlich Schwer Dinge aufzuklären Sehr viele Verbrecher Sehr viel Was da Hintenrum Passiert In diesem Wirren der Nachkriegszeit Verschwinden Auf einmal Sehr viele Menschen Und zwar Sehr viele Männer Fritz Hamann Zeichnet sich aus Durch eine Sehr Dunkle Kindheit Er musste Irgendwann Zwischendurch Wegen Dem Vorwand Des angeblichen Kindesmissbrauchs In die Schweiz Flüchten Und zog Irgendwann Im Erwachsenen Alter 1918 1919 1920 Ungefähr Nach Hannover Und merkte dort Schnell Dass mit ihm Was nicht Stimmt Er war Anders Er war Homosexuell Also Fritz Hamann Tauchte Eine die Homosexuelle Szene Von Hannover Und lernte Sehr viele Puppenjung kennen Also Junge Schwule Irgendwann Fängt man an Rumzuprobieren Und dann Sind wir auch Sehr schnell Bei der Sache Die Fritz Hamann Besonders gemacht Hat Was hat Fritz Hamann Zu seinem Besonder Killer gemacht Ganz Einfach Während des Geschlechtsaktes Fritz Hamann Soll danach Die Leichen Erstmal In seine Totenkammer Gelegt Haben Keine Ahnung Im Grund Hatte Eine große Eisenkammer In seiner Wohnung Da hat Er Die Leichen Erstmal Ein Zwei Teile Reingezahnt Dann Dann hat Er Zerstüggelt Ausgekocht Daraus Fleisch Hackfleisch Würste Gemacht Hat Das Fleisch Verkauft Verschenkt Dass Da Bei Den Namen Nicht Der Metzger Dabei Ist Hat Daraus Brühe Gemacht Denn die Macht man Aus Knochen Wusste Übrigens Auch nicht Und Die Überreste Hat In Die Leine Geworfen Also In den Fluss Der Durch Hannover fließt Wie Kann Es sein Dass Es So lange nicht Aufgekommen Ist Ja Natürlich Es gab Kein Social Media Es gab Viele Zeitungen Haben Nicht darüber berichtet Aber Es Verschwanden halt Einfach Sehr viele Menschen In einer Sehr Großen Stadt So Insgesamt 20 bis 30 Leute Und Irgendwann Fand Man Natürlich Die ersten Leichenstücke In der Leine Man Gab das Der Polizei Aber Die Polizei Fiel Es Immer Noch schwer Das Ganze Irgendwie Zusammen zu Knüpfen Bis Irgendwann 100 Hannoverer Die Leine Durchsuchten Bis Sie Insgesamt 20 Leichen Fast Schon Wieder Zusammen Bauen Konnten Und Es Alles Der Polizei Übergeben Haben Die Hat Dann Angefangen Zuvor Schon Von raus Fritz Hamann Da Ist Jemand Der Schon Wegen Dem Mord An einer Person In Verdacht Stand Nicht Verurteilt Wurde Und Sogar Unter Polizeilichen Schutz Arbeitete Denn Er War Spitzel Für Die Polizei In Hehlereifällen Beziehungsweise Man hat ihn eingesetzt Um Hehler Oder Diebe Zu Kriegen Also Spitzel Für Die Polizei Und Es Stellt sich Raus Der Hat Ein Gewisses Netz Aufgebaut Er Hat Einen Komplizen gehabt Einen Jungen Komplizen Der Ihm Geholfen Hat Ihm Jungen Leute Zugeführt Hat Und Ja Man Hat Sozusagen Entführen Wollte Und Weiß Gott Was Mit Ihm Anstellen Wollte Und Ja Es Gibt Noch Eine Total Interessante Anekdote Über Die Über Die Das Verhör Von Fritz Hamann Es Heißt Man Habe Ihn Erst Mehrfach Verprügelt Bis Es Zugegeben Hat Fritz Hamann War Aber Absolut Kaltblütig Hat Okay Lass Mich Raus Nicht Tu Es Wieder Und Um Da Wirklich Geständis So hinzukriegen Haben Sie Dann Die Knochen Und Köpfe Der Person Die Er Ermordet Hat In Den Verhörraum Getan Und Hat Dann So Was Gesagt Wie Ja Sie Werden Deine Seele Fressen Wenn Du Es Nicht Sagst So Ungefähr Also Wurde Dann Später Ein Gewisser Justiz Skandal Weil Dann Das Aufgetaucht Ist Die Mitschriften Er Hat Zugegeben Wollte Aber Um Verrecken Nicht Also Wahnsinnig Gelten Weil Er Wollte Er Wollte Berühmt Sein Er Wollte Seine Eigene Statue Keine Ahnung Was Scheiß Und Dann Wurde Ihm 1924 Wurde Hingerichtet Und Wurde Der Schädel Runter Gehauen Und Was Dann Nach Persön Das Ist Das Absolut Verrückteste Der Schädel Wurde Dann Zu Versuchszwecken Wurden Proben Entnommen Und Der Schädel Wurde Bis 2014 Aufgehoben Den Hat Man In Acryl Glas Eingedings Also In Mit Harz Eingegossen Kann Man Auf Google Auch Echt Interessante Fotos Finden Wurde Dann Erst 2014 Begraben Und Gewisse Proben Von Seinem Hirn Sind Bis Heute Noch In München Zu Finden Und Genau Es Kam Auch Dann Später Ein Extrem Guter Film Raus Über Das Thema Der Das Ganze Auch Nochmal Der Die Verhör Situation Genau Beleuchtet Dieser Mann War Einfach Nur Wahnsinnig Und Er Ist Wohl Der Heftigste Schlimmste Und Wahnsinnigste Mörder Den Man Auf Deutschen Boden Jemals Gesehen Hat Oder Zumindest Einer Der Top 3 Und Das Gibt's Nicht Viele Fritz Hamann Meine Nummer Eins Ja Hier sieht man So wie du den Referat eingehalten hast Man könnte fast meinen Wir hätten den Referat Über Formel Gehalten Ja Also ich will Nicht sagen Also Um Gotts Willen Also Wenn's Dann Film Geben Also Ich würde Nicht Sagen Dass Ich Roote Gern Für Den Bad Ger Aber Das ist Übertrieben Also Ganz ehrlich Also Wenn Das Jemand Ist Der Bullshit Baut Und Damit Durchkommt Dann Bin Ich Da Gern Da Ein Feuer Damit An Aber Ne Ne Was Man Noch sagen Kann Ist Sein Komplize Sollte Auch Zum 1975 Gelebt Ähm Ja Hat Auch Den KZ Und so Alles Überlebt Den KZ Ähm Ja Ein Absolut Krasser Krasser Fall Ähm Ja Das Ist Jetzt Schon Mal Mein Heftiger Erster Fall Ja Ja Also Ich find's Vor allem Auch Interessant Dass Es In Deutschland War Und Vor allem Auch Dass Sein Komplize Überlebt Hat Und Auch Auf Frem Fuß Ist Ja Er Hat Sehr Lang Überlebt Wirklich Also Das ist Total Heftig Also Hat Man Ihn Ermordet Oder So Von Wegen Aus Rache Oder Ne Der ist Meines Wissens An Alters Schwäche Geschorben Ich Kann Mal Kurz Gucken Aber Ich Glaube Der Ist Wirklich An Alters Schwäche Gestorben Ja Ich Mein Mord Wirklich Eine Lange Haftstrafe Ist Und Ich Mein Gut Der War Dann Im Dritten Reich Irgendwas Hab ich Gelesen Er War Wirklich Im KZ Auch Das Heißt Ja Der Hat Glaube Ich Auch Gelitten Also Natürlich Kann Man Vielleicht Immer Noch Mehr Leiden Aber Ja Es Ist Übrigens Im Nachhinein Sehr Interessantes Lied Raus Gekommen War Auch Kurz Eine Weile Am Wirklichen Renner Nur Ein Weilchen Ist Immer Ein Sehr Schönes Ja Ein Wunderschönes Lied Ja Das Ist Jetzt Mein Erster Case Gewesen Ich Guck Vielleicht Nochmal Hintergrund Was Aus Dem Anderen Kollegen Geworden Ist Aber Wenn Du Willst Kannst Du Gern Schon Loslegen Oder Hast Du Fragen Also Eigentlich Hab Ich Bekommen Fragen Man Könnte Mal Den Chat Fragen Ich Könnte Mal Der Name Der Werwolf Der Werwolf Ist Geil Also Für Mich Ist Der Beste Von Den Spitznamen Der Todmacher Ich Weiß Ich Ich Find Das Ist So Auch Auf Englisch Der Deadmaker Ich Find Das Ist So Eine So Ein Absolut Düsterer Name Es Ist Wirklich So Wie Es Es Hat Was Industrielles Was Produktives So Wie Es So 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 Wer ist Heute Als Todmacher Eingesetzt Der Hans Günther Perfekt Der Hans Günni Der Günni Ist Heute Todmacher Ach Ne Nicht Schon Wieder Aber Es Geben So Ein Beruf Namens Todmacher Was Würd man Da Machen Einen Echten Beruf Namens Todmacher Also Wenn es Ein Beruf Geben Der Todmacher Heißen Würde Glaube Ich Entweder Wären Das So Leute Die So Tote Wie Wie So Für Körperwelten So Was Könne Ich Mir Vorstellen Oder Ja Oder Oder Wirklich Jemand Der Leichen Ausgräbt Oder So Ich Weiß Ich Hätte Mir Tatsache So Was Gedacht Wie Also Wenn Man Von Dem Menschlichen Aspekt Absieht Wie Ich So Sagen Keine Ahnung Dass Der Maschinen Irgendwie Aussondiert Die Nicht Mehr Funktioniert Die Einfach Nicht Mehr Gut Sind Die Hat Dann Tot Macht Also Ein Blade Runner Sozusagen Ja Ja Sozusagen Das Das Wäre Doch Jetzt Wirklich Eins Zu Eins Die Chance Gewesen Für Die Deutsche Filmindustrie Wieder Den Richtig Behinderten Deutschen Titel Für Den Film zu Nehmen Blade Runner zu Deutsch Der Döldmacher Rick Deckert Ist Ein Im Futuristischen Los Angeles Den Film Habe ich auch Schon Lange Nicht Mehr Gesehen Ich Habe Ich Habe Das Hörspiel Angehört Tatsächlich Gestern Zum Ein Boah Es Richtig Schönes Richtig Schön Wie sagt man das Beruhigend Sehr beruhigend Ich glaube der Chat ist jetzt Vor Absolut Also Sally Im Chat ist jetzt Vor Absoluter Erschütterung Gestorben Weil ich Ich höre von Ja gar nichts Mehr Aber Wenn ihr gemeint Hat Das wäre Schon Es wird Noch Viel Schlimmer Mein zweiter Case Ist das Schlimmste Was ich Tatsächlich Im Petto Habe Okay Ich würde Jetzt Sagen Ich mache Die gruselige Musik Ich Kennte Den Typ Tatsächlich Schon Ja Was ich Denke Es ist Besonders Dass Daraus Noch Keine Serie Gemacht Wurde Es gibt Nur Ein Film Über Das Verhör Aber Mich Verwundert Dass Daraus Noch Keine Serie Gemacht Wurde Wurde Sich Richtig Eigen Würde Richtig Geil Wirken Glaube Ich Ich Finde Ich Habe Dem Hier So Das Lied Von Fritz Habern Gefunden Ja Warte Strophe Und Zweite Strophe Ja Also Ich Glaube Also Ich Ich Finde Nur Ich Muss Sagen Oh Gott Ich Oh Gott Das Habe Ich Hier Den Falschen Bildschirm Ich Finde Nur Den Text So Absolut Interessant Wo Ist Es Den Text Ach Gott Ist Mit Extra Lyrics Eingeben Warte Warte Nur Ein Weilchen Text In Hannover An Der Leine Rote Gasse Nummer 8 Dort Wohnt Der Massenmörder Hamann Der Die Menschen Umgebracht Hahaha Klammer Zu Warte Warte Nur Ein Weilchen Ball Kommt Hamann Auch Zu dir Mit Dem Kleinen Hacke Ballchen Macht Der Hacke Fleisch Aus Dir Aus Dem Augen Macht Der Sülze Aus Dem Hintern Macht Der Speck Aus Dem Därmen Macht Der Würste Und Den Rest Den Schmeißt Er Weg Das Schon Also Der Deutsche Also Wenn Wer Warum Gibt Es Gerücht Dass Wir Deutsche Keinen Humor Haben Der Absolute Beweis Das Is A Song We Sing Our German Children When They Want To Sleep Yes Is 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 Also Wenn Du Den Quark Hab Wer Ist Eigentlich Dieser Komische Schwarze Mann Vor Dem Ich Im Sport Richtig Immer Weggelaufen Bin Das Ist Der Typ Gewesen Ja Einweilig Okay Jetzt Würd Ich Mal Musik Wieder Rein Und Dann Kannst Du Deinen Case Vorstellen Okay Anzuteasen Oh Gott Ja Was Vorbereitet Also Es Ist Kein Fiktiver Charakter Ist Ein Echter Charakter Aber Sein Namensvetter Ist Dieser Typ Hier Sherlock Holmes Ja Aber Nur Sein Namensvetter Also Aber Dann Heißt Er Sherlock Oder Holmes Mit Nachnamen Holmes Holmes Ja Und Man Könnte Sogar Fast Meinen Der War Ja Man Könnte Schon Als Intelligent Bezeichnen Wobei Ich Auch Ein Bisschen Mehr Glaube Ist Ziemlich Glück Hatte Und Das Einfach Leute Ziemlich Blind Waren Möglich Ja Ist Schwer Zu Sagen Weil Die Ähm Wie Ist Das Ding Schon Wieder Der Fall Ist Jetzt Schon Über 100 Jahre Her Und Es Geht Um H.H. Holmes H.H. Holmes H.H. Howard Holmes Oh Gott Ich Glaube Ich Oh Gott Das Ist Böse Das Ist So Böse Oh Gott Das Wird Jetzt Ganz Schlimm Das Wird Wirklich Schlimm Also Ich Dachte Tatsache Anfang So Ja Der Hat Nur Hotelsachen Leute Umgebracht Und Hat Das Verwendet Aber Ich Sag mal So Als Ich Ein Bisschen Mehr Bei dem Fahne Habe Der Typ War Nicht Nur Psychopath Der Wollte Nicht Menschen Umbringen Der War Richtig Geldgeil Ich Dachte Geldgeil Aber Der Typ Der Hat Richtig In Sich Gehabt Er Man Muss Vorher Wissen Erst Mal Wichtig Die Inflation Damals War 1 Dollar 40 Dollar Wert Ja Ja 1 Dollar War 40 Dollar Wert Heute Und Man muss Auch Wissen Für Leichen Also Für Echte Leichen Hat Man Eine Menge Kohle Von Ärzten Oder Medizinern Bekommen Oder Von Medizin Professoren Die Konntest Denen Halt Wirklich Sagen Hey Ich Besorge Dir 5 Leichen Und Der Hat Ich Sag Mal Geblasen Damit Du Bekommst Ja Also Damals War Ehrlich Besorgen Echt Schwer Nur 20 Prozent Wurden Abgedeckt 80 Prozent Hat Man Durch Illegale Bekommen Ich Sag Mal So Durch Nicht Ganz So Ethisch Korrekte Wege Ja Ich Versuche Gerade Ich Versuche Gerade Von Homes Ein Bild Her Zu Kriegen Red Röno Weiter Alles Gut Okay Ich Muss Nur Kurz Mal Schauen Nochmal Wo Ich Die Notizen Hingetan Hab So Geht Das Bin Ich Blöd Da War Doch Geht HH Homes Warte Kurz Ich Hab Was Den Notizen Zu Machen Ja Eigentlich Der Er War Eigentlich Also Man Muss Hat Auch Wissen Er Hat Eigentlich Nicht Um Den Geld Problem Oder So Er War Eigentlich Ein Ganz Normaler Ich Sag Mal Mensch Der Medizin Studiert Hat Wobei Man Auch Sagen Muss Er Er Hat Sein Medizinstudium Wirklich Nur Mit Aachen Krach Bestanden Und Auch Medizin Studium Damals War Ziemlich Teuer Ich Glaub Damals 200 Dollar Pro Jahr Wobei Man Muss Wieder Die Inflation Berechnen Also Ungefähr 3000 Dollar Pro Jahr Was Warte 6.000 Dollar Pro Jahr Also Für heutige Verhältnisse Ungefähr 6.000 Dollar Pro Jahr Was Jetzt Nicht Ultra Viel Ist Finde Ich Aber Auch Trotzdem 6.000 Dollar Haben Oder Nicht Haben Das Ja 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 Gut Ah ja Tatsache Da ist er H.H. Holmes Ja H.H. Holmes Ich Sprich Seinen Namen Hermann Webster Mudgett Better Known As Dr. Henry Howard Holmes Ja Tatsache Der hat sogar Seinen Namen Geändert Oder Wie man Damals Seinen Namen Geändert hat Ich glaube Man hat Damals Hat man Gesagt Ja Ich heiß So Und Das War Es Dann Ja Ja Genau Damals Gab es Ja Nicht So Richtig Ausweis Oder So Und Dazu Komme Ich Jetzt Auch Gleich Er Hat Er Mochte Es Sehr Gerne Also Anfangs War Ja Wirklich Nur Geld Geil Damals Anfangs Wollte Er Versicherungen Betrügen Hat Nur Leichen Genommen Die Tod Waren Zum Beispiel Frühtüfe Oder Hat Sie Irgendwo Her Geklaut Aber Er Hat Noch Keinen Um Gebracht Er Im Nachhinein Ich Aufgefallen Leichen Besorgen Ist Ziemlich Schwer Also Was Hat Er Er Hat Menschen Umgebracht Anfangs Hat Noch So Komplett Random Auf Der Straße Hat Jemand Mit Genommen Aber Später Dann Hat Er Das Bekannte Hotel Gekauft Er Erbaut Stimmt Erz Erbaut Und Damit Das Auch Nicht Auffällt Dass Er So Viele Geheim Ginge Also Man Muss Auch Wissen Dass Die Das Hotel War Voll Geheim Er Er Hat Alles Perfekt Geplant Er Hat Es War Auch So Ein Richtig Modernes Haus Hotel Also Es Hat Innen Gas Lampen Wasser Versorgung Es War Quasi Ein Smart Haus Was Also Was Ist Das Was Heutzutage Ein Smart Haus Er Hat Halt Ein Mörder Haus Gebaut Wenn Ich Das So Richtig Ja Wenn So Wieder Geben Kann Er 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 Selber Ja Er Auch Selber Glaube Ich Der Castel Genannt Also Das Schloss Was Ein Bisschen So Frage Okay Ich Glaub Das Zeigt Ein Bisschen Dass Er Ich Sag Mal Gott Das Komplex Hat Oder Königs Komplex Absolut Auf 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 Wollen Fall Also Es War Auch Ein Ziemlich Ausgestattetes Haus Es Gab Das Haus Hatte Ein Eigenes Ingenieurbüro Es Hatte Eine Apotheke Es Hatte Auch Ein Drogerie Geschäft Aber Das Mit Apotheke Und Drogerie Geschäft Dazu Wichtig Dafür Wie Er Die Menschen Umgebracht Hat Und Wieso Es Nicht Auf Gefallen Ist Dass Er So Viele Ich Sag Mal Besondere Stoffe Bekommen Hat Weil Es Will Ja Auffallen Wenn Jemand So Viele Ich Sag Mal Besondere Stoffe Hat Chloroform Chloroform Besonders Beliebt Ist Heutzutage Auch Mehr Oder Weniger Film Film Okay Also Er Hat Er Hat Dieses Wurde Worüber Reden Wie Er Mordet Hat Also Er Hat Dieses Haus Dieses Hotel Gebaut Und In diesem Hotel Hat Er Reihenweise Leute Umgebracht Und Das Scheinbar Wirklich Über Jahre Hinweg So Ja Und Ja Das Ist Heftig Dass Nicht Aufgefallen Ist Das Dich Hat Wirklich Zum Großen Teil In Der Damaligen Zeit Ja Man Muss Sich Immer Nochmal Bedenken Wie Absolut Crazy Das Eben Damals War Selbst Wenn Der Jetzt Aufgefallen Wäre Und Jemand Wäre Aufgefallen Hey Pass Auf Das Absolut Verrückt Hier Was What The Fuck Machst Du Dieser Wie Soll Es Kann Ja Theoretisch Niemand Auffallen Beziehungsweise Der Typ Der Typ Theoretisch Verlässt Die Stadt Geht Einfach In Andere Stadt Unter Einen Anderen Namen Macht Sie Vielleicht Einen Anderen Bart An Und Ja Dann Was Das Und Das Ist Einfach So Crazy Man Muss Auch Sagen Er Hat Nichts Was Er Irgendwie Vermissen Würde Weil Er War Für Die Damalige Zeit Nicht Unbedingt Reich Aber Aber Auch Nicht Und Er Hat Auch Wenig Wie Soll Ich Das Jetzt Sagen Ablehnung Erfahren Also Er Sehr Wenig Ablehnung Erfahren Weil Er War Wie Daner Gezeit Sehr Hübsch Ja Ja Heutzutage Würde Ich Sagen Nee Der Sieht Zu Gott Einfach Creepy Aus Ja Es Gibt Glaube Ich Sogar Ein Wachsmuseum Oder In Der Art Wo Er Nach Gebaut Wurde Ich Glaube Der Ist Ich Glaube Wirklich Dass Er In Madame Tassos Ist Ich Glaube Ich Habe 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 Meine Es Auf jeden Fall Ist Es Ja Du Wolltest Noch Erzählen Warum Es Wichtig Ist Mit Dieser Pharmacie Beziehungsweise Den ganzen Blödsinn Ja Genau Also Zur Architektur Des Hotels Komme Ich Noch Ein Bisschen Er Hat Wirklich Fast An Alles Gedacht Er Zimmer Bei Den Er Gas Rein Leiten Konnte Die Dann Die Leute Umgebracht Haben Ja Dieses Gas Bekommst Natürlich Nicht Einfach So Sondern Du Muss Es Irgendwie Her Bekommen Und Als Pharmazeut Bekommst Es Sehr Gut Dasselbe Gerade Auch Für Chloroform Mit Chloroform Konnte Man Damals Sehr Gut Leute Ich sag mal Kampf Umfähig Machen Die Filme Ist Es Ja Nicht Dass Er Einfach Umkippt Aber Man Wurde Kampf Umfähig Und Dann Warst Du Erstmal Am Arsch Und Wenn Ich hab Jetzt Gerade Mein Wikipedia Artikel Offen Hier Steht Bei Den Berichten Über Angebliche Kalkgruben Befeuerbare Räume Säurebäder Rutschen Foltergerätschaften Und Gaskammern Handel Es Ich Um Erfindungen Des 20 Nehunderts Leck Mio What The Fuck Also Musst du dir Vorstellen Die Gaskammern War ja Zu der Nazi Zeit Sehr Beliebt Aber Damals Gab Schon Diese Gaskammern Es Ist Wirklich Irrsinnig Er Muss Mehr Weiß Gott Wie viele Morde Da Begangen Haben Und Es Sind Uns Mal Sogar Alle Ich Glaub Nur 10 Prozent Aller Morde Die Wahrscheinlich Begangen Hat Sind Dokumentiert Es Ist Einfach Nur So Crazy Allgemein Bekannt Weil Er Hat Auch Umgebracht Und Sie Keine Ahnung Wie Sonst Wer Aussehen Lassen Damit Der Versicherung Betrügen Kann Ja Doch Das War Damals Ein Ganz Großes Ding Das Zieb Versichrung War Damals Riesig So Zu Der Zeit War Damals Einer Von Den Haupt Einnahme Quellen Der Mafia Oder Eine Riesen Einnahme Quelle Mafia Damals Zum Beispiel Ja Also Muss Ich Fällt Man Denkt Wie Konnte Das Nicht Auffallen Aber Damaligen Zeit Da Gab Es Keine Richtigen Ausweise Oder So Ja Da Ist Einfach Nur Gesagt Ich Heißt So XX Das War Es Beziehungs Muss Das Sagen So So Jetzt Bringt Er Irgendjemand Um Der Ja Ein Typ Der Vielleicht Auch Aus Seiner Heimatstadt Geflohen Ist Weil Ja Ir Irgendwas Angestattet Oder Einfach Nicht Gefunden Werden Will So Jemand Der Vielleicht Eh Schon Auf Der Flucht Ist So Gerade In einem Land Amerika Also 1900 Aufbruchstimmung Blibla Blub Ey Ernsthaft Das Ist Natürlich Für So Jemand Eine Einladung Muss Man Auch Sagen So Und Dann Wird Der Ungebracht Und Niemand Findet Es Raus Also Er Hat Auch Ein Raum Bei Dem Er Wie Du Wo er Jemand Lebendig Eingesperrt Hat Und Ihn Dort Abgefackelt Hat Oh Moment Er Redet Okay Alles Gut Okay Okay Ja Das Ist Auf Jedenfall Diese Komplette Story Ist So Crazy Ich Glaube Was Ich Jetzt Vorher Noch Gelesen Habe In Weil Ich Den Wikipedia Artikel Offen Hab In Der Pop Pop Kulturell Sehr Verbreitet Das Ding In Meeren Romanen Wurde Das Ding Eingebaut Supernatural Kommt Der Vor Ja Das Habe Ich Gerade Auch Schon Gelesen Dann Also Es Sollte Eine Verfilmung Geben Und Es Wird Eine Serie Geben Die Wahrscheinlich Mit Keanu Reeves Rauskommt Angewicht Dieses Jahr Noch Im Videospiel What's Fox Wird an einem Sogenannten Hotspot Der Vom Spieler Besucht Werden Kann Auf Homes Und Hosen Hotel Verwiesen In der Fünften Staffel American Horror Story Hotel Wird In einem eigenen Episode Über H.H.H. Homes Gerichtet Also Es ist So Oft irgendwie Mehr Songs kommen davor In Hörspielen In Filmen Es gibt ein Spiel Scheinbar Ein Brettspiel Ja Ich habe mir auch schon überlegt Ob ich mir den kaufen sollte Als ich den gesehen habe Alter Wir müssen es mal sagen Ich glaube ich Ich weiß nicht Ich bin sowieso bei Kassel Ich glaube Vielleicht kaufe ich es mir Irgendwann anders Ja Der Song Castle of Fear Von der Deutschen Heavy Metal Band Next Cemetery Wibmet sich Homes Tarten Oh Gott Ist das heftig Also da muss ich schon sagen Das ist Er gilt Und ich habe auch gelesen Hier gilt als erster Er gilt als erster großer Serienmörder In der Geschichte der Vereinigten Staaten Oder sowas Ja Ist ja offiziell Aber inoffiziell war es jetzt nicht Weil da gab es halt noch ein paar mehr Aber Das war halt glaube ich der erste Der so richtig bekannt wurde Weil der wurde extrem bekannt Der wurde Anfangs wurde er so als Held gefeiert Weil da war seine Morde noch nicht bekannt Und auch Obwohl Warte das erkläre ich Jetzt ich Ja doch warte ich jetzt Jetzt lieber jetzt Er war Er hatte Seine Taten waren noch nicht so 100% bekannt Er war nur als Versicherungsbetrieger bekannt Und da Da feiert man natürlich Weil Er hat niemanden geschadet Direkt Er hat einfach nur Versicherungen betrogen Und da musst du Sorry Red noch fertig Ja ne Red du durch Und da muss man halt auch sagen Der Typ hat halt ein Hotel besessen Und war halt Pharmazeutiker Das sind alles hochangesehene Berufe gewesen Zur damaligen Zeit Ja So Es ist wie wenn du sagst Sir du bist heute Bankier oder sowas Dementsprechend Gehe ich davon aus Dass der Die Leute haben natürlich auch was gezahlt Wobei es an sich schon sehr witzig ist Du siehst Leute in ein Hotel reinkommen Und nicht mehr rausgehen Bei Hamann waren es oftmals die Bei Hamann waren es oft die Nachbarn Denen irgendwas aufgefallen ist Er hatte theoretisch keine Nachbarn Es ist Das ist crazy Das ist wirklich System Ganz anders ausgedribbelt Aber halt so bei einem Hotel fällt das ja auch nicht unbedingt auf Ja genau Da geht halt jemand rein und Ja hast du nicht gesehen wenn er rausgezogen ist Das ist auch nicht weiter schlimm Ja das ist heftig Das ist wirklich heftig Also Ich finde halt die Architektur von dem Gebäude extrem interessant Er hat wirklich Ja Wirklich an alles gedacht Selbst Er hatte ein Schacht Oder so ähnlich Wo er jemanden runterwerfen konnte Und der Dann hat er einen Keller Er musste es nicht komplett um den Halben Zimmer Er musste nicht um das halbe Gebäude ziehen Konnte er machen Weil daran hat er auch gedacht Er konnte von Von einem Ende bis zum anderen Ende Die Leiche ziehen Ohne dass es irgendjemand gemerkt hat Das ist absolut heftig Das komplette Haus Also das komplette Hotel war gebaut Wie ein Labyrinth Also da Ich habe vorher mal ganz kurz Den Plan eingeblendet Der Wo ich jetzt noch nicht so hundertprozentig durchblicke Aber Also Hier haben wir nur Second Floor Äh Especiation Chamber The Maze Also er hatte scheinbar Einen Raum Der wie ein Labor Laboratories Er hatte scheinbar einen Raum Der wie ein Labyrinth abgelaufen ist Einen Backroom Der versteckt war Der Hanging Der Hanging Secret Chamber Ist schon mal auch Klingt auch schon mal wunderbar Also Heftig Heftig Reception Dark Room Hallway Mysterious Closed Room Secret Hiding Place Blind Room Also es ist Ähm Schon Extremst Extremst spannend Also Auch die Psychologie Hinter ihm Fand ich auch Extrem interessant Weil Ähm Ja nochmal Normalerweise Sehr vielen Serienkindern Ist es anscheinend so Dass sie zuerst An das Sexuelle Interessiert sind Also Vergewaltigung Und so weiter Erst Nachhinein Hat es Weitere Gründe Aber bei ihm War es ja am Anfang an Er hat die Menschen Und die Leichen Wirklich nur als Profit Angesehen Aber wirklich 100% Profit Er hat die Also er hat die Versicherung betrogen Und dann hat er noch Die Leiche verkauft Also der Leichen Die Hat das System So dermaßen Mehrfach Getribbelt Ist Er hat also wirklich Er hat nichts Andrennen lassen Ja Hintet wieder schon Also Also ganz ehrlich Wenn Wenn er jetzt noch Ähm Ich glaube Der Typ Wäre so drauf gewesen Äh Der hätte wahrscheinlich Noch mehrfachen Heiratsbetrug Mit den Nachkommen Oder mit den Witwen Begangen Oder sowas Wenn es Höchstwahrscheinlich Ist möglich gewesen Aber ich finde es so schön Hier zum Beispiel Der Plan Also es liest sich wunderbar Hier zum Beispiel Ähm Five Door Room Äh hier Äh Äh Toilette mit Geheimen Treppen Zum Keller Also es ist Blinderraum Trapdoor From Third Floor Ach Gott ist das heftig Also das ist schon Alter Also der hat Aber Man sieht halt auch Der Typ war Der Typ war nicht arm Er konnte sich ein konkretes Hotel Er bauen lassen Ja Ach Gott ey Es ist an sich Einfach nur noch Grässlich Und ich glaube Ich muss mir echt Noch ein paar Bilder Anschauen Wow Oh nice Das ist eine tolle Architektur Ich glaube ich Baue das mal nach Hm Interesting Ja so Schnell mal vor Da passt das Murder Hotel In Sims City Nach oder sowas In Sims Das wäre doch geil Ja Ähm Das wäre so Absurd Das ist wiederum geil Hounded to death By ghosts Of castle He built Memory of trapdoors Secret elevators And stove Wherein bodies Of women Were burned Hunted Wow Inside the Quell with twisted Murder Hotel Hotel of aj shop Also Ich kann wirklich Jedem nur empfehlen Sich da einzulesen Also wenn man auf Murder mystery steht Ist das wahrscheinlich Das allergeilste Was man finden kann Ja Okay Ähm Da ist die Frage Wollen wir gleich Zu meinem dritten Case springen Und ein bisschen Und ein bisschen Oder wollen wir noch Ein bisschen über Homes labern Wir können gerne auch Homes labern Und wir können auch Weitermachen Überlass ich kann Ja weil ich glaube Ich muss ein bisschen Auf die Tube drücken Auf die Tube Ja Ich habe noch Einen kleinen Fall Mitgebracht Ähm Der mir Seit den ich Vor Jahren Einmal auf Programm gelesen habe Und der mich so Dermaßen Aus der Verfassung Gebracht hat Dass ich Ähm Offen und ehrlich Sagen muss Die Heftigsten Serien Killer Ähm Kommen Eindeutig Ähm Aus Japan Die Rede ist Ähm Und ich blende Das Bild Jetzt natürlich Auch nochmal ein Ähm Von Tsutomu Miyazaki Und Tsutomu Miyazaki Ist wirklich Das Niederste Und Grässigste Was ich jemals Ähm Wirklich Killer Technisch gesehen habe Also ich hoffe Jetzt dass ich ein Foto Find Ja natürlich Gibt es ein Foto Wir gehen Mal noch ein Bisschen Hier ran So Ähm Die Leute im Chat sehen Das Bild Ein Gesicht Welches aussagt Ich möchte dir Eine Versicherung Verkaufen Aber ich fange Einfach mal Wieder ganz Einfach An Ich lese Wieder mal Das Buch Buchform Tsutomu Miyazaki 27 Jahre Ein Mann Der Unter so Vielen Namen Bekannt ist Ähm Dass es auch Wieder nur Einem Schleihauft Werden kann Ein junger Mann 27 Jahre Wenn man ihn mit Vier Halbsätzen Sätzen Wörtern Beschreiben will Könnte man sagen Schüler Gute Leistungen Missbildung Einzelgänger Die Brut Aus einem Horrorfilm Er ist als Otaku Mörder Dracula Oder mein Favorite Tokyo Vampire Bekannt Aber als Tokyo Vampire Ist er ehrlich gesagt Am wenigsten Von den dreien Bekannt Die meisten Kennen ihn nur Als Tsutobu Miyazaki Den Otaku Mörder Das spricht Mich ein bisschen Zu sehr an Aber ich Möchte Nicht ablenken Davon Tsutobu Miyazaki Ist wirklich Das grässlichste Und schlimmste Was ich In Sachen Mord Und Serienmord Jemals Erlebt Habe Ich habe Versucht es Aufzuschreiben Und ich dachte mir Ich lese es Nachher einfach Direkt aus dem Wikipedia Artikel raus Tsutobu Miyazaki War ein relativ Normaler Schüler Er hatte Gute Leistungen Er wollte Lehrer werden Oder Wollte Professor An der Uni werden Nur leider Hatte er Eine gewisse Missbildung Tsutobu Miyazaki Hatte die Missbildung Dass er Ja Wie sage ich Das Auf Wikipedia Steht Er hatte Aufgrund von Problemen Bei der Geburt Missbildete Und sehr verdrehte Hände Mit versteiften Handgelenken Das heißt Sehr lange Finger Ich kann jetzt mal Suchen Tsutobu Miyazaki Fingers Und dann Findet man Ein wunderschönes Bild Auf Reddit Ja Ein Ein Anblick Der Oh Gott Ich muss kurz Nochmal Hier Auf Pinterest Ein Anblick Der Einen zum Schaudern Bringt Weshalb er Auch als Dracula Oder Tokyo Vampire Bekannt war Und was hat Dieser Mann Gemacht Zwischen 1998 Und 1999 Tötete er Insgesamt Vier Junge Kinder Vorzugsweise Mädchen Und ich lese es Jetzt einfach mal So vor Wie es da drin steht Denn es ist einfach Nur noch grässlich Und schrecklich Seine Opfer Suchte sich Ne Fangen wir damit an In den Jahren 1988 Und 89 Empführte er In der Präfektur Saitama Vier Mädchen Im Alter Zwischen Vier Und sieben Jahren Tötete sie Und machte sich An seine Leichen Sexuell Dran Und Verzehrte auch Zeile Ihrer Opfer Das ist ja Bisschen so ein Klassiker Es ist Sexuelle Handlungen Passieren Ja Es ist natürlich Nicht schönes Aber das Hört man irgendwie Ziemlich oft Man sagt Dass es ein Muster ist Bei sehr viel Ich mache hier Bewusst Pausen Muss ich sagen Weil es mich Weil das Ganze So heavy ist Dass Ich mir wirklich Glaube ich Echt ein bisschen Zeit lassen muss Denn Wie ging es weiter Zu Tomo Miyazaki Seine Opfer Suchte Miyazaki Nach dem Zufahrsprinzip Aus Alle vier Erwürgte er Und missbrauchte sie Postmortem Sexuell Leichenschändung Außerdem aß er Teile seiner Beiden letzten Opfer Das erste Opfer Die vierjährige Marie Conno Lies er zunächst In den Hügeln In der Nähe Ihres Wohnsitzes Verwesen Später schnitt er Ihr Hände Und Füße ab Und bewahrte diese Bis zu seiner Festnahme In einem Schrank Auf Die restlichen Knochen Verbrannte er Zermahlte sie Zu Pulver Und ließ sie Zusammen mit dem Übriggebliebenen Zähnen Und Fotografieren Ihrer Kleidung In einem Pappkarton Ihrer Familie Zu kommen Dazu legte er eine Postkarte mit der Aufschrift Mari kremiert Knochen Nachforschungen Beweis Zweites Opfer Umgebracht Drittes Opfer Der Familie Seines dritten Opfers Der vierjährigen Erika Nanba Schrieb er eine Postkarte mit den Auf Zeitschriften Ausgeschnittenen Worten Erika Kalt Husten Kehle Ruhe Tod Die Körperteile Seines letzten Opfers Der fünfjährigen Ayano Namoto Verstreute er über Die Wälder der Präfektur Saitama hinaus Bis in die Präfektur Tokio Über zwei Präfekturen Ich weiß nicht wie groß eine Präfektur ist Aber das ist wie Als würde ich jetzt Im Landkreis Eichstätt Anfangen Und bis nach München Leichenteile Gehe ich mal Davon aus Präfektur Präfektur Ich kann das Wort Nicht aussprechen Präfektur Präfektur ist glaube ich So etwas ähnliches Wie Yoto Oder Kanto In Pokémon Ja Also Yoto ist Eine Präfektur Ja Soweit ich weiß Miyazaki Miyazaki schickte Den Familien Aller Opfer Briefe In denen er Ausführlich Beschrieb Was er Mit dem Ewigen Kind Angetan Hatte Wie die Polizei Später herausfand Waren alle Familien Auch telefonisch Belästigt worden Alle nach dem Selben Muster Und wahrscheinlich Ebenfalls durch Miyazaki Wurde Abgenommen Meldete sich Niemand Ging Niemand Ans Telefon Klingelte Es bis zu 20 Minuten Lang In der Präfektur Saitama War die Zahl der Registrierten Straftaten An Kindern Lange Zeit Sehr Niedrig gewesen Umso panischer War die Reaktion Der Bevölkerung Auf die Morde Jetzt Kommen wir Zur Festnahme Das ist Nicht das Schlimmste Das Schlimmste Was Danach Passiert 1998 Versuchte Er Ein fünftes Kind Zu Entführen In der Nähe Eres Eltern Hauses Versuchte Er Sich An Einem Kind Im Grundschut Alter Dranzumachen Und Es Zu Missbrauchen Dessen Vater Überraschte Ihn Und Ihm Gelang Als er Später In den Park Zurück Er Um Sein Auto Zu Wohnen Wurde Festgenommen Nach Kurzem Verhöh Legte Er In allen Vier Morden Unfassbare Geständnis Ab Und Gab Zu Ein Gestörtes Verhältnis Zu Erwachsenen Frauen Zu Haben Er Behauptete Dass Alles Wie Im Traum Abgelaufen Sei Man Hat Seine Wohnung Durchsucht Eines Aus Zwei Zimmern Bestehenden Bungalows Förderte Insgesamt 573 Videobänder Zutage Und Jetzt Kommen Zu Dem Absolut Grassesten Und Ekligsten Was Jemals Gehört Hab Die Meisten Davon Waren Anders Als Später Vielfach Von Medien Berichtet Aufnahmen Reguläre Filme Oder Von Baseball Anime Einige Kassetten Entierten Aber Hentai Und Slasher Filme Zwischen Die Bild Und Videomaterialien Der Opfer Eingestreut Waren Der Typ Hat Videofilme Genommen Und Videomaterialien Von Toten Kindern Miteingearbeitet Anneben Bildeten Horrorfilme Einen wesentlichen Bestandteil der Sammlung Besonders Zu Erwähnen Sind Die Ersten Fünf Teile Der Guinea Pick Reihe Denn Den Die Den Zweiten Teil Einer Reihe Flowers Of Flash And Blood Beinhalteten Welche Offenbar Die Vorlage Für Miyazakis Taten gewesen sind 1989 Wurde Der Prozess Gemacht Zunächst Lebenslängig Sollte In Psychiatrischen Anstalt Angewiesen Während Des Verfahrens Wirkte Er Ruhig Und Gefasst Vermittelt In Eignung Dass Ihm Seine Verhaftung Gleichgültig Sei Am Ende Von Mehr Psychiatrischen Untersuchungen Wurde Allerdings Für Verurteilsfähig Erklärt Also Er hatte Hochgradige Schizophrenie Leider Hochgradige Schizophrenie War sich Allerdings Gleichwohl Der Taten Oder Tragweite seiner Tat Bewusst Und Somit Verantwortlich Erklärt wurde Kurze Zeit Später Hat Man Ihn Zum Tod Durch Hängen Verurteilt Er Hat Mehrfach Für Die Aufhebung Des Todesurteils Geklagt 2006 Wurde Das Letzte Mal Sozusagen Abgelehnt Oder Wurde Es Komplett Abgelehnt Und Abgeschmettert Man Man Muss Bedenken Der Typ Wurde 1997 Für Straffällig Erklärt Und Japan Ist Eines Der Letzten Länder Was Ich Jetzt Kenne Der Letzte Zivilierten Sender Die Noch Hängen Am 17 Jun 2008 Wurde Ich Weiß Es Nicht Mehr Also Man Hat Glaube Ich Bis 2014 13 Hat Man Glaube Ich Noch Die U-Bahn Diese Bande Die Damals Diese U-Bahn Gas Attacke Gemacht Hat Auch Noch Genkt 2014 Hat Genau Regierungswechsel Danach Nicht Also Sie Haben Bis 2013 14 Noch Gehängt 2008 Hat Hat Man Ihn Dann Gehängt Und Hingerichtet Miyazaki Ist Das Grässlichste Beispiel Eines Serienkillers Das Ich Jemals Gehört Hab Es Ist Nicht Das Grausamste Verbrechen Von Dem Ich Jemals Gehört Hab Dieses Verbrechen Werde Ich Wahrscheinlich Niemals Berichten Weil Es Einfach Viel Zu Grausam Ist Aber Miyazaki Ist In Sachen Serienkiller In Sachen Täter Die Hingerichtet Wurden In Sachen Psychischer Störung Das Wahnsinnigste Und Schrecklichste Was Ich Jemals Erlebt Hab Oder Jemals Mitbekommen Hab Ein Mensch Der Sowas Macht Hasst Menschen Ein Mensch Der Sowas Macht Will Die Welt Einfach Nur Brennend Sehen Wer sich Fragt Warum Ich Mich Für Serienkill Interessiere Es Ist Die Philosophie Beziehungsweise Die Psychische Die Psyche Dahinter Das Mag Auch Relativ Interessant Sein Bei Menschen Wie Jeffrey Dahmer Bei Menschen Wie Ted Bundy Bei Menschen Wie John Wayne Gacy Bei Miyazaki Tut es Mir Weh Und Als Kleinen Abschluss Hab Ich Den Satz Geschrieben Nicht Jeder Miyazaki Ist Ein Kinderfreund Gefällt mir Aber Gefällt mir Das ist Das Das ist Grässlich Das ist Einfach nur Greislich Es ist manchmal so Ich Frag mich Manchmal wirklich Werden Serienkiller geboren Oder werden Allgemein Mörder geboren Oder Ich Glaube Das ist Werden sie erschaffen Ich glaube Es ist Beides Ich glaube Es Beides Es Beides Ganz Ich denke Okay Dieser Killer wurde erschaffen Weil Der Ich weiß nicht Ob du die Geschichte kennst Von einem kleinen Mädchen Die zwei Kinder getötet hat Ich kenne die Story von den beiden Jungs die ein Kind ermordet haben Da weiß ich aber auch nicht wie das passiert ist Das waren diese beiden Engländer Ich glaube wenn man nach Mindhunter der Serie geht und da glaube ich auch fest dran Ich glaube natürlich dass Leute ich glaube dass und das merkt man bei Hamann es ist möglich dass Menschen zum Beispiel in ihrer Familie Leute haben die zum Beispiel wenn der Vater der Großvater irgendeine Hirnstörung hat oder keine Ahnung irgendein Problem im Kopf hat ist es bestimmt vererbbar es ist bestimmt möglich dass diese Menschen ihr Leben lang leiden und wir müssen bedenken auch bei Miyazaki was in den 80ern war war zum Teil die Psychologie noch nicht so weit um jetzt da wirklich sauber interagieren zu können die Amerikaner haben erst in den 50er 60er 70er Jahren angefangen als Serienkiller genauer zu begutachten den Begriff Serienkiller gibt es auch seit den 60er 70er Jahren das heißt wir müssen uns im klaren sein dass solche Menschen sowohl erschaffen werden als auch durch psychische Störungen in der Familie wahrscheinlich oder durch Hirnaneurysmen keine Ahnung was in der Familie die vererbt werden Dinge vererbbare Krankheiten entstehen können aber ich glaube wenn du ein Mensch bist und Miyazaki war ein Einzelgänger er hat diese Krankheit mit seinen Fingern jeder hat ihn immer ausgegrenzt ich möchte nicht sagen dass das den schändlichen Mord an vier Kindern Rechtfertigen um Gottes Willen aber ich glaube es lässt sich zu einem Teil erklären es ist halt nachvollziehbar es ist nachvollziehbar es ist nicht nachvollziehbar aber es ist nachvollziehbar der einzige Bezugspunkt den dieser Mensch jemals hatte war sein Großvater seine komplette Familie hat ihn gehasst und ausgegrenzt sein Großvater starb irgendwann weil er einfach scheiße alt war das einzige was ihn jemals interessiert hat als Hobby war Fotografie seine Eltern wollten nicht dass er studiert sie wollten nicht dass sie mit so einem Scheiß befasst Künstler kriegen kein Geld das ist so und dementsprechend ja er hat dann mit Fotografie was anderes angestellt die Kinder fotografiert so und ich glaube es lässt sich erklären was aber niemals die Aussage ist dass es das rechtfertigt es ist wichtig dass diese Menschen verurteilt werden ob der Tod für diese Menschen gerecht ist oder nicht oder ob sie den Tod kriegen sollen das ist dahingestellt da haben wir mehrfach schon im Podcast darüber geredet solange sie sich allerdings bewusst sind was sie angestellt haben sollten sie auch verurteilt werden und sollten nie wieder freien Fußes laufen oder halt sterben ich finde es halt auch manchmal sehr interessant ich habe erzählt dass es ein kleines Mädchen gab die meiner Meinung nach zum Mörder wurde die war als kleines Kind halt wirklich nur ein kleines Kind sie hat aber die Leute umgebracht ohne zu wissen ohne es zu checken was sie damit antut sie wurde dann halt bekannt als Killer Mädchen und dann frage ich mich halt so sollte man was macht man da mit solchen Personen ja genau ja also am Ende war sie halt ja ich sag mal so sie war danach geläutert also sie am Ende war sie halt wirklich hat mir ein neues neben geführt aber ich was ich halt einfach so traurig finde ich habe was ich so traurig finde ist dass wir zum teil uns die einfachsten Sachen immer noch nicht erklären können weil wir es nicht wissen wollen also ich habe vor zwei Tagen einen interessanten Artikel gesehen ein Video gesehen über das Kalanbein Attentat und dass teilweise es immer noch Menschen gibt die der Ansicht sind dass Killerspiele Mörder erschafft oder dass da die Gamingszene dann schuld ist oder dass sich die Leute ja in die falschen Kreise entwickeln weil die Eltern nicht aufpassen wo sie im Internet unterwegs sind ja okay das spielt vielleicht mit rein es ist vielleicht in gewisser Weise nichts anderes wie der Tropfen Feuerzeug Benzin aber ganz ehrlich die Hand die das Feuerzeug einmacht die Hand die Streichholz führt und einmacht ist halt zu einem gewissen Teil vielleicht auch nichts anders wie da wird jemand sein Leben lang geärgert gehänselt gemobbt absolut aus ausgegrenzt und das wird psychisch verstört ich bin sau ich will jetzt nicht auf mich schließen aber so was hey ich bin ich bin mein Schuhzell war die Hölle und ich bin seit 10 Jahren depressiv ich brauche nicht fragen warum ich depressiv bin so fragt euch lieber wie ich damit umgehe ich habe niemanden umgebracht wobei ich aber auch sagen würde wobei ich aber auch sagen würde um Gottes Willen jeder Mensch sagt irgendwann mal ich am liebsten würde ich dich umbringen ich würde töten dafür keine Ahnung so um Gottes Willen Menschen haben Hass so aber nicht jeder der wo sagt boah wenn ich jetzt der Waffe hätte ich würde den so in die Fresse schießen würde es am Ende auch tun es dann am Ende auch zu tun das ist der Unterschied wo aus ähm versuchten Mord oder oder übler Nachrede Mord wird oder Totschlag so und das ist man muss halt auch denken der Gedanke von ich möchte dich umbringen ist leichter zu ich werde dich umbringen also zu ja genau die Tatsache die Tat zu machen weil die Tat ist meistens Tatsache wesentlich schwieriger als man denkt ja ich spreche leider also ich habe niemanden umgebracht aber ich spreche in gewisser Weise aus Erfahrung ähm es hat mich sehr reingekostet bis ich mich selber verteidigt habe vor ja Mobbing und zwar auch wirklich mit Körperanwalt ja habe ich nie gemacht weil ich habe halt immer gedacht ich möchte diesen Typen zusammenschlagen habe ich nie gemacht weil er mir nicht vertraut aber irgendwann hat es halt ich sage mal die Sicherung durchgebrannt und ja ja und ich meine ich meine wenn wir fragen uns warum passieren Amokläufe und sowas die Gesellschaft die die Menschen wie bestimmte Menschen wie Dreck behandelt so und dann muss bloß noch von denen müssen die daheim vielleicht auch nicht zurückkommen weil ihre Family sie auch wie Dreck behandelt weil sie geschlagen oder misshandelt werden und weil sie vielleicht schon mit irgendeinem Nervenleiden auf die Welt kommen weil die Mutter vielleicht geraucht und gesoffen hat als sie noch Kinder waren keine Ahnung mit einer gewissen Bildung ich weiß es ja auch nicht so ähm ähm und dann kommt alles zusammen so und dann gibt dieser Person eine Waffe in die Hand so und dann fragst du dich warum diese oder gibt dieser Person Zugang zu Waffen egal zu welcher und dann fragst du dich warum diese Leute Menschen umbringen so aber gut das geht jetzt mehr in Richtung Gesellschaftskritik aber zumindest so ähm es sollte uns alle ein Zeichen geben ähm wir müssen uns die Fragen stellen warum werden warum werden Menschen zu bördern und diese Frage ist nicht automatisch Gaming Szene und Internet da das sollten wir uns bedenken ja gut ich glaube das ist fast schon wieder ein gutes Schlusswort wobei ähm ja ich glaube ich auch wollen wir ein Ranking machen wer 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 Wollen wir die Zuschauer entscheiden lassen Lass mich über die Zuschauer und die Zuhörer entscheiden also ich muss sagen das Schlimmste was ich erlebt habe ist Miyazaki oder was also ich habe ähm was heißt erlebt ich habe in der Zusammenfassung schlimmere Bilder ich habe schlimme Bilder schon gesehen beziehungsweise in der Zusammenfassung schlimmere Verbrechen dokumentiert bekommen also es geht düsterer und schlimmer und schrecklicher und grässlicher aber aber wenn es von einem Mann ausgeht ist Miyazaki der absolute heftigste so und das ist ähm ja möge er in der Hölle schmoren alle hoffen wir es gut Freunde also es wird immer so interessant schwer zu sagen was wäre es der schlimmste Killer weil alle übertriften sich gegenseitig in irgendeinem Bereich bei Miyazaki ja er hat ziemlich grausame Sachen gemacht aber dann ist da noch jemand der gerne die Kehle durchbeißt ja wo ich auch so denke ich möchte irgendwie ich möchte nicht dass man die Kehle durchbeißt ich mag meine Kehle und dann ist da auch so ein Typ der dich lebendig abfackelt ja wo ich sage also wenn es aber um den um den Effort geht wenn es um den Effort geht dann ist es wahrscheinlich klar Holmes weil der Typ hat extra ein Hotel gebaut um Leute umzubringen um Geld zu scheffeln also wahrscheinlich ist er der kapitalistischste unter den Dreien so stimmt ja genau der Kapitalismus ist durchgespielt würde ich mal sagen just make me some money okay I need a hotel in Chicago a pharmacy and twenty kilo tons of chemicals why don't ask questions also Freunde don't ask why just do it just don't ask why shut up and take my money so Freunde das war es mit unserer kapitalistisch kapitalismus kapitalistischer kritisierender liebevollen ähm ähm Serienkiller Folge wir machen das auf jeden Fall nochmal unser kleiner Serienkiller Stammtisch oder wie ich es äh wie habe ich es reingeschrieben ich muss selber mal gucken ähm Intermetzl statt Intermetzl Prime Propaganda heute Serienkiller Intermetzl so das war die neue Folge Intermetzl Freunde ähm schaltet bitte auch das nächste Mal wieder ein und wenn ihr uns das erste Mal hört und seht bitte seid nicht abgeschreckt wir reden auch über ganz normale Themen Momo es war schön dass du mit dabei warst und ähm ja ich würde mal sagen dann kann das Wochenende starten morgen ist Freitag morgen ist Freitag also Leute wir verabschieden uns schon mal und wir sind Hallo dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe wenn es euch gefallen hat danke für eure Unterstützung habt ihr gewusst dass es über 100 weitere Folgen gibt die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt die sind auf allen Audio Plattformen zu finden also checkt einfach mal unseren Linktree aus den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus die euch interessieren zudem werden alle diese Podcasts auch als Video-on-Demand auf YouTube veröffentlicht dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen die nur für YouTube veröffentlicht werden also schaut doch mal rein und checkt auch unsere Social Media Kanäle Facebook, Instagram, TikTok wo ihr auch unseren Linktree finden könnt wo ihr sehen könnt wo wir noch überall verfügbar sind zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming-Highlights auf YouTube das war jetzt ziemlich viel danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung liked, shared und subscribed goodbye and good night und danke für eure Zuschauen und danke für euch